Nordschweden, weites Land mit vielen Geheimnissen. Das ist das Revier von Andreas Konrad. Nur die Kamera ist sein Begleiter in der Einsamkeit. Aber dieses Mal sind wir mit dabei auf der Suche nach den Erlkönigen. Verschneite Wälder, soweit das Auge reicht. Andreas Konrad folgt seinem Instinkt. So, und Ankerwurfs? Der 49-Jährige, mit der Branche vertraut und doch immer auf sich allein gestellt. Das Vögelchen in der Industrie, in der Entwicklungsabteilung, das gibt es leider nicht mehr. Das hat es früher wohl mal gegeben. Aber inzwischen verdienen die alle so gutes Geld und haben Angst um ihre Jobs. Da redet keiner mehr. Am Rande des Polarkreises. Die Schönheit der Natur ist sekundär. Er hat nur eines in seinem Fokus. Warte mal, was kommt von vorne? Das könnte BMW 7er sein. Ne, ist aber nicht. Der Chevrolet Cruze, der cruiset hier die ganze Zeit durch Lapland. Und den hat er natürlich schon längst im Kasten. Massenhaft Autos auf dem See, aber im Moment noch offensichtlich alle Serienfahrzeuge. Na, okay. Und weiter geht's. Auf die Hauptstraße. Das ist ein Autotransporter, der hat neue Ware gebracht. Da kriegen wir vielleicht was zu tun hier. Und manchmal schneller als man denkt. Mal gleich gucken. Da kommt der 7er BMW. Und der haut jetzt ab. Da fahren wir mal hinterher. Das Foto von hinten ist schnell gemacht. Aber die Frontpartie ist das Entscheidende. Jetzt versuchen wir einen Abstand rauszufahren. Und dann halten wir an und fotografieren ihn von vorne. Tempo 90 ist erlaubt. Aber Konrad hat das Bild im Kopf und nicht das Speed Limit. Ich glaube, hier gibt's gar nichts. So, und Ankerwurf. Das heißt für ihn, ab in den Tiefschnee und ganz schnell Position beziehen. Na, waren wir zu schnell? Oder der BMW hat keine Lust. Kann doch nicht sein hier. Auf eine unfreiwillige Fotosession. Der 7er kommt. Er ist zwar getarnt, aber Stück für Stück gibt er mehr Preis von seiner wahren Identität. Okay. Ja, guter Fang. Ein 7er BMW haben wir schon mal fotografiert vorher. Aber jetzt mal im Wintertest. Schön. Bei den Bayern gibt es aber noch mehr Reizvolles. Ab zum Testgelände. Die freuen sich nicht, dass wir kommen. Aber sie haben Gott sei Dank auch nicht wirklich was dagegen. Beziehungsweise sie tun nichts gegen uns. Und das ist ja auch schon mal viel wert. Da gibt's auch andere Hersteller. Das ist der neue M2. Der ist auch noch getarnt. Aber nicht jeder posiert so bereitwillig vor seiner Kamera. Man muss ja fast Mitleid haben. Er mag nicht rausfahren. Aber er wird so gerne. Abwarten. Taktische Spielchen. Jetzt dreht der tatsächlich um. Wegen so einer blöden Kiste. Das kann nicht wahr sein. Wegen so einem Auto machen die so ein Halligalli. Aber der Mann aus dem Landkreis Lüchow-Dannenberg ist ein geduldiger Typ. BMW 2er, Grand Tourer, abgehakt. Na, geht doch. Nicht immer läuft es so friedlich ab. Ich hab gestern eine große Auseinandersetzung mit einem kleinen Ferrari-Testfahrer. Und der war richtig sauer, obwohl das Auto, das er dabei hatte, gar nicht so spektakulär war. Aber der wollte gleich Bilder löschen und meine Kamera in den Schnee werfen und all so Sachen ein bisschen überzogen, ehrlich gesagt. 12 Uhr mittags in Arjeplock. Der Testbetrieb ruht. Andreas Konrad nicht. Die Hotels und Restaurants abklappern. Immer auf der Suche nach dem Bild. Sieh an. Die sind gerade dabei, den abzudecken. Das ist die neue E-Klasse von Mercedes. So, da müssen wir wohl lange warten, bis wir den haben. Die machen jetzt erst mal Mittag. Weiter geht's. Und wie hat eigentlich alles angefangen? Ich hab ursprünglich Fotolaborant gelernt. Und in diesem Labor war damals der König der Erlkönigjäger Kunde. Und hab mich gefragt, wen interessiert das? Und hab ihn dann irgendwann angesprochen. Das war Hans Lehmann. Und dann hab ich gelegentlich was für ihn gemacht. Dann mit ihm zusammen gemacht. Und als ich dann mit der Fotografenlehre fertig war, hab ich mir gedacht, ich versuch's einfach mal. Ob das auch bei mir funktioniert. Und das läuft jetzt seit 25 Jahren. Der Fotojäger pirscht sich an eine, wie er es nennt, Futterstelle ran. Und auch die Koreaner schätzen die vermeintliche Einsamkeit auf den schwedischen Seen. Das ist der neue Kia Optima. Allerdings noch heftig getarnt. Bis minus 30 Grad kann es hier kalt werden. Perfekte Bedingungen für die Automobilindustrie. Aber nicht immer für Fotografen. Da kommt irgendwas. Ich hab keine Ahnung, was das ist. Oh Leute, das kann doch nicht wahr sein. Weg mit dem Nebel. Sein Job unberechenbar. Aber genau das ist die Herausforderung. Es ist immer irgendwas. Du sitzt gerade im Auto, angeschnallt, Jacke an, Musik an. Guckst aus dem Fenster geht das alles wieder von vorne los. Das stimmt. Man kann nie wirklich abschalten. Doch, irgendwann ist es dunkel, dann ist Schluss. Das neue SUV von Jaguar durchkreuzt aber den Plan vom Feierabend. Konrad versucht dran zu bleiben. Dem Schneetreiben und den Straßenverhältnissen zum Trotz. Aber der edlen Raubkatze auf zwei Achsen gelingt die Flucht. Enttäuschung. Hier kamen jetzt auch verschiedene unglückliche Dinge zusammen. Der ist ja nun wirklich sehr schnell gefahren, auch durch die Stadt. Wir hatten keine Chance zu überholen. Wir haben nichts gesehen vor lauter Schnee und Schneestaub, den er aufgewirbelt hat. Da war keine Chance dran vorbeizukommen. Und selbst wenn, wir hätten den blitzen müssen wegen der Dunkelheit und wir hätten vor allem Schnee im Bild gehabt und kaum Auto. Schnee, gutes Stichwort. Der nächste Tag, das Wetter ist noch schlechter. Die Flocken fliegen, heftige Winde, kaum Sicht. Statt guter Motive gibt es einen Cappuccino an der Tanke und eine Erkenntnis gratis dazu. Fährt wenig auf dem Eis und wir sehen wenig auf dem Eis. Also es ist mühsam zu fahren und vielleicht auch nicht ganz ungefährlich. Jetzt haben wir es halt abgebrochen. Dabei hat Andreas Konrad alles versucht, sogar mit dem Snowmobil. Aber das Wetter lässt an diesem Tag nur eines zu. Büroarbeit. Die Ausbeute von zwei Tagen wird gesichtet. Und auch wenn es manchmal beschwerlich ist, Andreas Konrad liebt seinen Job. Was mich antreibt, ist eigentlich das Jagdfieber. Und so die Sensation zu liefern zu können. Es ist gar nicht so sehr die Leidenschaft für das Auto, sondern eher für die Jagd. Eine Leidenschaft, von der er gut leben kann. Aber die Zeit, in der man damit reich werden konnte, ist vorbei. Andreas Konrad macht trotzdem weiter. Der Erlkönigjäger. Diesmal wurde er enttarnt. Untertitelung im soup Toil